Ich hab endlich mit Jyn einen Penta gehabt. Haben die vier Kugeln mal ausgereicht, das Sackgesicht. Geil. Update 2 von 18. Was ging das? Hätte ich heute nicht gedacht, dass ich heute so spiele und dann einfach in die Promo komme. Ja, Promo oder was? Yo. So, weil die Bot gecarried hat letztes Game. Pustet doch gerne. Hey, nachdem ihr mir einmal Shugat vom Hals weggehauen habt? Der Loot war schon richtig gut eigentlich. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte auch gedacht, dass die Jinx verlenkt und dann macht der Drupal. Aber auch, dass die Jyn im Jungle hast und war auch mega awkward einfach. Oh, Gant. First Pick auch noch, wie ich das hasse, Mann. Gant, kannst du mir selbst picken? Ja, kann ich machen, klar. Willst du wieder alle spielen? Ich entscheide mir nicht, wenn ich sehe, was der andere gepickt hat. Ja, klar. Blitz? Jason, hast du Blitz? Nee, hab ich nicht. Hast du Braum? Ja. Ja. Ähh... Bart? Nee. Morgana? Jo. Okay, vielleicht spiele ich auch Luxupport, das ist auch ganz witzig eigentlich. Ja, und der Schaden ist eigentlich ziemlich nice. Macht halt echt Spaß, Mann. Support. Ich würde gerade sagen, dann spiele ich Shen, damit ich ganz viel runterroamen kann, aber... Du bist doch Mitte, oder nicht? Ja. Mir ist auch gerade aufgefallen. Kannst du mir selbst picken, ach, dann spiele ich Shen. Ja, bitte. Dann AB mit. Ja, Jumeta wird gerade erfunden. Ja. Voll der fanzige Sound hier. Und nun Sottie ist dir. Was? Und Son? Get set und get wrecked. Und nun? Und nun? Das ist ein deutsches Wort? Weil irgendwie erinnert es mich gerade an Französisch stark. Was schreibst du da wieder? Was schreibst du da? Ich verstehe dich nicht! Mann! Also... Set, oder? Jason. Ja, genau. Set. Ich bin Set. Ich habe mich gerade gemütet, wo ich gegessen habe, deswegen... Wie bitte? Wir müssen doch deine erotischen Kaugeräusche hören. Okay, sorry. Hättest du es früher gesagt, dann... Ja, Mann! Bist du eigentlich so schnell Gold 5 geworden jetzt? Ja, voll krass, ne? Er ist richtig an uns vorbei. Booster. Normal, Booster. Was hast du gespielt? Immer Toplane oder was? Eigentlich mal Support. Weil ich hatte auch noch so geguckt, da war Jason und Gent einfach in der gleichen Liga wie ich und guckt dann beim nächsten Mal Jason Gold 5. Was? Nicht brauchst du eins am Anfang? Brauchst du viel. Was? Alter! Alter Respekt, Mann! Das sind aber die Carry Panties. Ja, die Uni in der Zeit, wo wir die Facharbeit abgeben mussten, also schreiben mussten, habe ich eher gezockt. Geil. Ja. Hast du bekommen auf die Facharbeit? Hä? Hast du denn die Facharbeit schon geschrieben, oder? Ja, ja, ich hab's ja schon abgegeben und so. Äh, ich gehe ja abgegeben. Äh, hab auch bestanden. Und sogar ziemlich gut. Fast volle Punktzahl gehabt. Ja, passt doch. Keine Ahnung wie ich das geschafft habe, aber... Hey, es macht nicht wirklich so. Wir haben gar kein AD-Team, ich muss übrigens schon wieder auf Toilette wegen meiner Blasen. Okay. Bitte ausreden. Hä? Ich hab wirklich ne Blasenentzündung. Ja, ich hab's ja okay. Ich hab's ja nicht rechtfertigt dafür. Wieso? Oh, wie. Ah, Braum. Fresh, Braum, Fresh, Braum. Entscheide dich. Ich hab Lulu. Das ist okay. Oh. Oh. Also, Tam kennt ihr dich auch? Er hat auch Taric, oder Zona, Soraka. Ich hab den neuen Taric noch nicht gespielt, deswegen... Ich will ihn jetzt nicht hier im Rank testen. Ach so. Also, auf jeden Fall ziemlich strong. Letztes Mal hat der End abgekackt. Oh scheiße, was nehm ich jetzt? Boah, AP-Wave-Fight-Metal. Morgana oder Lux? Da würde ich's eher vorschlagen, Morgana. Ja, dann hau Morgana her. Jo, perfekt. Matt, ich spiel gegen Woli-Bear. Erstmal, erstmal einen niceen Skin aus. Hä? Nein. Die Frage ist, ob Mare-Fight oder Woli-Bear-Jungle? Woli-Bear-Jungle hundertprozentig. Mare-Fight, bitte. Ich könnte auch Lissandra gegen Renekton picken können. Hm. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Ah, haben wir ein tolles. Mikrofon activated. Technik, die nicht würchtet. Warum ist doch alles gut zu verstehen? Nein! Irgendwie immer noch nicht. Aber was soll denn Sortiers heißen? Wenn du Sortieren meintest, dann hast du's so falsch geschrieben, dass das mich an ein französisches Wort erinnert. Wetter den wir da Sortieren. Ach, naja. Ist ja auch wurscht. Wir haben voll das AD-lastige Team, ne? Ja, ich geh voll AP. Ja, ich hab ihn leider erst gefragt, ob er AD oder AP top geht, hat er gesagt, er geht AP top. Ja, ich hab's ja auch gesehen, aber... ...weil Kacke. Ich gern mal AP set. Ja, gute Idee. Ja, selbst so gut auf AP skaliert. Ja, sonst AP gehe ich Jungle spielen. Damit du mit deiner W alles one-shottest. Braucht Granate nie. Also ich setze jetzt voll auf Ghent. Ja, Ghent auch. Gott hier ist besser. Richtig. Oh, Mausi ist Level 52, GZ! Check nicht, dass... Warum baut eigentlich keiner mehr, äh... ...die Items aus? Warum, warum machen sie alle... ...dieses Ding zum Beispiel? Hier heißt es Eye of the... ...Tonics oder was weiß ich, was ein Eye of the Watch ist. Warum machen sie nicht einfach das normale Item? Ich weiß es auch nicht. Ich finde das auch ziemlich scheidbar. Welche Eyes? Übel geil. Ja, ich mach diese... Ach, diese komischen mit diesen... Ja, wenn du halt eben den... ...den Sidestone ausbauen kannst dann dazu. Ja. Aber ich finde zum Beispiel auch Alistair, äh... ...geiler, wenn du... ...Face of the Mountain hast, weißt? Dieses Schild. Ja, ja. Ist doch viel nicer. Oder bei Morgana jetzt, die... ...die beiden Teile, die sich slowen, so... ...keine Ahnung. Ich finde auch diesen, äh... ...Support-Item mit Sidestone gemischt... ...die einfach richtig weg. Ja. Ja. Oh, Leute. Waren gar nicht die Gegner. Hä? Waren gar nicht die Gegner haben mich gefragt, gegen wie die Spielen... ...Mädchen? Waren gar nicht... ...Regal. Richtig gut? Seid ausgemacht? Welcher Lane trifft ihr euch jetzt? Cut first. Beginn das ganze Spiel... Ja. Wäre denn der Typ würde da zu abkacken... ...in der... ...mit Lane? Das sehe ich jetzt schon kommen einfach. Es ist genauso, wie wenn du an Chimpy Dedection schreitst, dann Smurfing. ja ist genau so wirklich nicht genau so naja wirst du halten und carry aber ja die leute nicht hin die die halt sagen smurfen die aber das hatte ich über das team schuld daran dass ja natürlich war auch die leute immer so please let me pick this it's see my last matches ein blablabla das sind auch die leute die verkacken im play like gozu nur schlechter genau wie große nun es geht also hat das jetzt kämien nur noch die am schlimmsten die irgendwas sehen bei irgendein guten player und denken das können wir auch ja ja ich habe meinen kumpel habe ich gelöscht aus der liste weil er hat einfach mal champions ausrede noch nie gespielt das beste ist erst auf support ist dann mal ad sona gegangen habe ich doch gesagt dass die verkackt mein gott was das hier wenn ich den es level 2 ich habe noch kein schildmasken also nicht ich habe aber schön ich habe gerade keinen schatten wie du bist nicht mal bei bird drin basti was der los report ist ja christoph ist auch nicht bei bird drin und santa wird santa was zur hölle der hoch war zwischen uns ich hatte das schild oben ich hatte das schild oben Diese Promo macht mich viel zu nervös lol wie soll der Rannikon denn kein so laut dabei Ja jeder kackt richtig gerne richtig gut Ich hab den Wolliweb gerade dann sowas gezielt Pass auf Rannikon kommt Genau und weg alles gut Oh sorry Ja ich hätte den Ava kackt von daher Ja ist es ich bin grad wirklich Nice Ich merk das gerade selber aber ich bin da komplett unkonzentriert und krieg nicht gebacken ey Oh die Promo oh nein Ja Promo Oh my god I boosted Diese Shurikens Wenn ich wenigstens die großen bekomme Der wartet aber glaube ich darauf mit seinen Autotext dass der ich mein Auf top guckt sie wahrscheinlich um ob er irgendwo hin tippieren kann Er geht wirklich weg Ah nicht die gleiche fach hätte gar nicht die tipp Sorry Wollte grad sagen da war er eben so schnell von da hin Alter genau dann geht der Minion davor wie ich saß Ich dachte grad so hm Wollte er die mit Lenny so boostet alter Ja Oh nice one Oh oh nice Ich report die Aurelia einfach danach Hallo ist das meine Promo Geil Ich bin aus deswegen haben wir so ein Teammate Geil Geht nur daran weil Basti nicht mit uns spielen wollte Können wir ne FUVAPRIMENT machen Oh my god Aber da ist auch nicht mehr so ganz verlassen ne Mein loll Ich hatte das ja schon einmal gehabt dass ich dann gegen Platin 4 Leute gespielt hab Was Ja Aber die Platins sind heißt das gar nichts Ja das heißt nichts aber ich mein nur äh das Matchmaking sind doch schon ein bisschen Bisschen awkward manchmal Ja Wir waren halt Gold und Salmon Hört auf deine MMR Wat wat Basti wat Ich hab auf dich gebaut Ich hab dich gezählt Oh wir haben kill wo haben wir den kill gemacht Oh Ja und hier war hol die bei gerade ne Oder die mit den Der geht links auf ein Tank wenn ich Warum fightet ihr den jetzt? Sie hieß Level 5 wäre es Level 6 ja herzlichen Glückwunsch alter Oh oh komm 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 auch Sehr gut Hä? Wohin mit dir? Ich wollte Ich dachte irgendwer kommt mit deswegen Ich flash wir nicht rüber Ich will gar nicht die MMR Ich will gar nicht die MMR Ich will gar nicht die MMR Dann komm ich mit Kappa Ja Dieser random flash von dir Ich hab danach leicht gelaggt Ich bin übrigens B ne Ich hab danach leicht gelaggt Ja Das hab ich nix mehr gesehen Das war scheiße Der hat nur sowas zu oder? Erfährt mir auf einmal mein Name Das ist noch ein bisschen Beryllia alter Hä wen hat die Hä? Gegen wen? Ich hab jetzt gestorben Ich hab jetzt gestorben Ich bin fast gestorben WOOOOO 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 Ich würd sagen das ist ja wie eine sehr erfolgreiche Promo Ja Wir haben das noch gegeben Ich glaube in uns Wir glauben in uns Ja komm der eine eine Game haben wir dann auch gewonnen Eben Und das war richtig Es war schon so Wie soll man das schaffen? Keine Ahnung. Ey, die ist noch nicht mal Level 6, aber geht voll rein. Ich bin fast ausgerastet durch diesen Graves, ey. Boah, wirklich der Graves, der hat mich auch richtig aufgeregt die ganze Zeit. Und dann hab ich auch als Ari richtig verkacken und ich dachte nur so, ey, du hast richtig scheiß Farm, du hast keine Creeps, du hast nichts, du hast keinen Schaden, gar nichts. Und dann irgendwann hab ich ein paar Kills abschlaumen können und dadurch so Gold aufholen können. Ich bin einfach für Tank gegangen. Das ist eh Boost. Spot fehlt. Ob auch. Also wenn es schief geht, ist es Basti schuld? Nein, Quatsch. Das ist dann Irelias schuld. Sind immer die anderen Teammates, ist doch klar. Ja, als ob man selbst sein schuld. Nein, 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 nein. Ich bin ja eigentlich Master, Challenger. Ja. Warum rein? Die Surf-Challenger. Okay. Kannst du jetzt bauen? Ja, hab ich grad nicht. Ich kann ja jetzt bauen mit dem Red Buff. Ja, Iria, komm, Tower-Dyte. Alles gut. Ein Flash geholt. Okay, Volleybear geht runter, ja. Dann mach ich wieder seinen Blue-Buff. Kein Problem. Ja, ich guck da auf. Wo war Volleybear? Der war in der Mitte und der ist in den Bodside-Jungle gegangen. Ach gut, dass Iria mich nochmal drüber drüber hat. Der keinen Flash hat. Shit, ich gleich mal was. Shit mich mal. Da haben Elf auch. Okay, Elf war hier auch. Jetzt gehen die, können es sein, dass Drake machen. Ja, die machen Drake. Ähm. Ja. Können wir ja nicht... Was willst du machen? Müssen wir überlassen. Ja. Ja. Wir können ja mal Bulli-Back holen. Mal Feed ist ja auch. Und Drake ist nicht so. Crash ist wieder bei uns. Oh, ich hab recht. Dass ich auch wenn ich mit runterkomme. Als er sich runter typiet, er müsste typisch wieder abhaben. Auf dir dabei. Oh Gott. Ja, Elf ist da. Ja, Elf ist da. Er hat Teleport. Äh, top gemacht. Wolli-Bär ist weg. Ne, nach Challenger kommt erstmal Bronx-Korea. Ach ja, stimmt. Vorzustellen ist es aber möglich. Das ist immer noch die Aussage von Rhea Nice, dass Renekon sie angeblich countert. Ich meine, Renekon countert jeden auf Level 3 auf der Toplane. Oh, oh, oh. Alex gezählt für Level 2. Ich hatte, dass du gerade nicht getroffen hast. Hm. Ey, die Gegner haben 3 Kids. Und dreimal ist Rhea gestorben. Das war nur noch. Oh. War random. Ob ist denn das? Warum willst du die ganze Zeit so scheiß Mann, ey? Wann? 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 Ne, lass, 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 lass. Ich hab keine Mana mehr, deswegen kann ich meine Kuh gar nicht mehr machen. Tolle. Weil sie... Volti sind raus, ist okay. War eh mein Fehler. Ich hätte damit nicht gerechnet, dass der trifft. Honestly. War vom Schlimmsten auch. Ja, ich weiß, ich habe auch gerade gedacht, so, boah, du musst das eigentlich und dann so, brain AFK. Ja, nice. Äh, ich gehe mal backen, aber ich habe auch 1300 Gold, damit kann ich das nicht machen. Es kostet mich an, dass ich nichts gegen Renekon machen kann. Wenn ich mit meiner Ulti reingehe, dann wird er mich instant stunnen, damit ich kein Damage machen kann. Sonst, auch Damage, Damage halt. Base Damage höher ist halt der meine, ich muss warten, bis ich Items... Ich bin so schlecht, dass es schon an Feeding grenzt. Nach Green Challenger kann ich mir gar nicht gehen. Oh, Hauzen. Geil, Lungs, geil. Die Rede outfarmt halt im Malford, das ist ganz gut. Also. Da kann sie halt eh die Tauern haben. Aber sie hat halt Teleport und er hat die Ignite. Was reden die da? Oh, ich soll ja Ulti raus? Wirklich. Soll ja Ulti raus, meinst du? Ja, hab ich denn gesagt. Oh, Alter. Der hat schon in Turif, meinst. Wolli. Schön. Hallöchen Hage, wie geht's dir, mein Lieber? Nein, das gibt's nicht. Oh, come on. Guckt euch da die, Mann. Der Lacka. Ich versuch da sogar reinzulaufen. Da hast du Irelia an. Ja, Irelia, fighte jeden, wenn du behind bist. Oh, oh, oh. Gent, Gent, Gent. Scheiße, hab ich nicht aufgepasst. Sorry. Alles gut. Alles gut selber? Joa, läuft. Leute, nicht reden. Ja, mein Tochter hat es fällt. Mal, ey, ne? Gibt's die Zeit live gerade ein bisschen verdient. Äh, Hilfe! Ja, Brannacken könnte sie auch noch in den TP zahlen. Macht er aber nicht. Was macht der Chip denn mit seinen TP? Danke. Die ist bei Ulti raus. Die Back, das ist mir zu risky. Ich nehm mal die Golems, ja? Ja. Drake kommt wieder bald. Wird jeden Tag besser, das freut mich doch zu lesen. Das freut mich doch. Mein Fuß snapped und halt Schlafhäuser. Ja, 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 ja. Na toll. Oh, der macht ganz schön Damage, aber. Baits. Mein Egnis, Mist. Hat geheilt auf jeden Fall. Hast du keine Urte? Nee. Jawoll! Ganz schön gemacht. Ganz schön gebaitet. Ganz schön ge... Oh, der macht aber schon. Oh. Oh. Mal er fit. Mal er fit. Mal er fit. Oh, den hat er gebetet. Oh, mein Feld unten, okay. That's what friends are for. For good times. And bad times. Kein Problem, Idiot. Ich möchte dich doch nicht sterben lassen. Oh, fuck. Woli kommt hierher. Der Bot. Ich will sehr wenig random. Lass mal back gehen. Der Bot Tower fehlt. Gott, ja. Mal jetzt nichts machen. Gendt! Gendt! Oh, krass, ey. Oh, alle. Ich will direkt noch weiterholen. Häftig. Ich kann also mit der Airelia kann man halt nicht gewinnen, Mann. Noch ist das Spiel nicht verloren. Das muss mit Längen gehen eigentlich. Das ist ja nicht den zweiten Mithilfen auch mal hin. Wow, ein TP. Auf die ersten Tower. What the fuck. Auf die zweiten Tower. Da hätte sie doch mit dem TP top splitpushen sollen. Ja, vor allem, wenn wirklich drei Leute bei uns auf der Botlane sind, das ist ja überhaupt nichts an splitpushen oder so. Und wie, bin schon so lange über keine rote Ampel mehr gefahren. Okay, wir können durchpushen. Die Botlane kommt von unten. Visuell, ja. Fresh jetzt auch. Oh, bye for a god. Was ist das? Gerelia, Alter. Was ist das? Gerelia, Alter, das ist so der Wahnsinn. Man hat die überhaupt nicht. What? Na ja. Gucken, wie ich die Mehrfachcontraste. Ja, Gott sei Dank. Support für Support. Was? Alter. Moschki, geh rein. Du bist volle HP. Moschki. Ey, ich halte aber nichts. Guck doch mal, wie lange ich brauche. Ich bin in meiner Ulti gestorben. Das, die wollen mich doch verarschen. So, das ist es nämlich. Wie lange soll ich denn brauchen? Guck mal, er hält sich einfach gegen. Das Problem ist, ich habe überhaupt... Warum ist die Rehlia überhaupt draufgegangen jetzt gerade? Keine Ahnung, um irgendwelche Kills abzugreifen. Weil die hier den Erstjörer gekillt hat. Ja, bloß waren das vier und sie war alleine und dann kamst du, weil dann warnt ihr zu zweit gegen vier. Na, das Problem ist, einfach diese... Ich sehe das ja schon, dass sie alle viel zu tanky sind und dafür habe ich die Items noch lange nicht. Ja, auf der Bot-Lane. Ja. Warum, warum, warum fahrt ihr zu hinten in Mayfight, der zwei Leveler ahead ist? Verlitt auch noch? Ja, dann sag ich doch. Frash kommt auch noch. Verlitt auch noch. Sie ist tot. Oh, RIP. Ja, das ist schon. Roli. Jetzt komm, passt auf. Hier, Top-Lane. Gut. Komm, wo? Ranken pusht einfach den Tower. Mein Gott. Ich gehe mal eben... Hm. Keine Ahnung. Ich gehe mal eben Top-Lane. Ja, Tower. Los, töte ihn! Was macht ihr da? Der letzte Retouch. Oh, ich habe gar keine Ulti gehabt. Poli. Alter, die Serelia 1.8. Wir haben gut gespielt von hier. Problem ist, wir haben auch überhaupt keine AP. Es ist einfach richtig scheiße, das Spiel. Ja, ich halt, aber als Support kann ich auch nicht viel... Na, klar, aber wir haben halt wirklich keinen richtigen Carry. Ich meine... Der AP irgendwie... Wir haben den Noob, wir haben den Noob, wir reden ja, die nichts hinkriegt, haben wir. Ja. Also... Das Traurige an dem Spiel, du kannst da nicht mal... Ein einziger Spieler verliert dir wieder das Gaten. Ja, aber halt wie hart, mal 1.8.1 und dann geht da eine ganze Zeit hoch. Da siehst du, dass der Typ einfach nur ohne Hirn spielt. Ja, aber komplett ohne Hirn. Ich habe keine Ahnung. Kann ja nur 2, 0,3 gehen, ne? Aber... Man geht halt eigentlich nicht 0,8. 1,8. Oh, sie haben Nescher gemacht. Ach so. Ja. Klar. Die haben ja drei Tanks im Endeffekt. Ja, ja. Ich meine, ich habe jetzt immerhin schon Last Whisper. Wow, hey! Aber nein. Ja. Ich mache mein Blade fertig. Es hilft doch jetzt auch nichts mehr, gell? Abwarten. Oh, läuft, wird mein Q machen. Was? Look by Grace, Auto-Attack. Okay. Lach, dich halt kaputt. Ist okay. Ja? Break. Ja, awesome Flash. MVP. MVP. Ah, ich habe es vergessen. Die Mail ist eigentlich schon noch was oben. Yo. Das waren jetzt nur die Minions bei Romir, ne? Wir beide haben gar nicht gefeitet. Ne, komm mal, ey. Ach so viel. Ich gehe hoch zu Rannigan. Ja, komm, wir holen jetzt alles auf ihn. Ein Ehrenkill. Ja, aber was ist mit Graves, hier? Spiel aus. Eis. Nein, das ist mein Probe-Spiel. Eins von denen. Also, ich weiß nicht, ist ja noch alles drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ernsthaft, wir haben die verdammten... ...weil sein... ...getötet. Leute, echt? Ja. Ja. Haha. Gar nicht, ich bin mir noch gerade. Wir haben aber extra weggeflasht. Für so eine Scheiße, ey. Hammer. Hammer, ey. Hast gar kein Damage gemacht. Wow. Wow, wir haben mein MyFeed getötet. Das ist locker Anzeige. Anzeige, ja. Das sind Buckus. Ja. Also, wie ihr reported, aber auch gleich blocken. GG, ey. Ich glaube, geht los. Blockieren hilft da auch nicht ganz, ne? Ich hatte mich schon mal ein, ich hab ihn blockiert. Und im nächsten Spiel fahre ich direkt wieder mit ihm zusammen. Im gleichen Team. Wie geht das an? 1-10, Alter. Ey. Was? Das war mal ein Trauer-Game. Das war wirklich ein Trauer-Game. Das war ein richtiges Trauer-Game. Oh nice, ich krieg mehr Punkte, als ich verliere. Ja, ich hab wenigstens die Promo nur verloren. Was denn? Ach, du hast die Promo komplett verloren jetzt, oder was? Nein, nein. Nur eins der Promo. Nur eins der Promo.